Bro, der ist behindert, Digga! Gelbe Wolken, so wie Jinto June, bin in der Bufi, smoke me shine. Zuerst dachte ich mir eigentlich so ein netter Typ, weißt du? Ich hab als allererstes gesehen, wie er so auf meinem Portemonnaie geil hat. Weißt du, du weißt ja nicht, wie das ist, wenn du mal so einen richtigen Dong ins Gesicht bekommst. Ja, ja, ja. Er isst Risotto am Kotti und mischt Molly mit Uludak. Er hat sehr viele bunte Blüten im Safe. Einmal einen herzlichen Applaus für HipHop.de Award-Winner Black Hippie. Oh! Danke, dass ich so sein darf. Schön, dass du da bist, Bro. Danke, immer wieder gerne. Berlin bei Nacht, die Kops vor der Tür. Nigger, alle schwarze Hoodies, das ist Blau Okotea. Als ich Black Hippie heute zum ersten Mal gesehen hab, war mir eigentlich klar, dass der Marihuana konsumiert hat. Ja, Digga, dann schießen wir einfach mal los. Wir machen einen krassen Beat. Auf was hast du Bock? Was willst du für einen Beat haben? Digga, ich hab mich grad inspirieren lassen von deiner Box, von deiner Bassbox, die da grad steht. Okay, ja. Weißt du, Son Goku bei Dragon Ball? Aha, ja, ja. So ein Dragon Ball, Jin do Jun. Son Goku, Jin do Jun Beat, weißt du? Du hast eine Line, ähm, Joint länger als die Saiyajin-Saga. Ja, da hat einer gut zugehört. Nein, da hat einer gut zugehört. Dragon Ball-Lieblingsanime. Ja, One Piece eigentlich. One Piece? Ah, wie krass. Dragon Ball kommt direkt danach. Hast du Hansa Hunter geguckt? Ja, ist ja klar, Digga. Ah, okay. Die letzten zehn Folgen gehen gerne, sicherlich. Wer ist dein Lieblingscharakter? Bei Hunter X Hunter? Ja. Gorn ist schon Nummer eins. Gorn? Okay, okay. Wie heißt dein Kollege noch mal? Kinoa. Ja, der ist probat. Ja, ja, okay. Und, äh, Bruno, habt ihr euch unterhalten? Er meint, er steht auf Dragon Ball Z. Ich glaub, der Typ ist Big... Big Cap. Der hat das gar nicht geguckt. Jeder weiß, dass man Hunter Hunter mit X... Also, ohne X ausspricht. Der hat so eine Folge geguckt oder so. Der meint, sein Liebling wäre Krillin. Digga, der kann gar nichts. Ich mein, ich mag auch Krillin. Aber so, Digga, gar nichts. Ich glaube, ich hab ne coole Idee. Wir nehmen so ein paar Sounds auf. So, ich baue so ein paar Dragon Ball Sounds in den Beat ein. Ja, das ist geil. Und vielleicht kannst du so... Ja, ja. Wir könnten sogar ein paar Sounds aufnehmen. Stell dir mal vor, du bist dann Goku. Und du nimmst einfach so ein bisschen was auf. Okay. Was war denn dein erster Eindruck von Gami so? Zuerst dachte ich, ich war ein netter Typ. So ein bisschen Hipster-mäßig in die Richtung. Kommt irgendwo aus dem Dorf. Hab ich mal schon direkt gesehen. Aber dann sieht er seine Jacke aus. Diesen Sailor Moon Pulli in Pink. Ich dachte mir so ein bisschen, hab ich lieber die Bauchtasche vor meinem Schritt getan. Weißt du, als wir im Auto waren. So Safety First, war es ja nie, oder? Oder so Karate-Sounds. Machst doch so... Ja, okay, komm, let's go. Hu! Ha! Chi! Hu! Tsunkara! Hu! Hu! Tsuh! Hu! Hu! Weißt du, du kannst was machen? Ja, ich komm schon. Ja? Okay, ich küss doch dein Herz. Puh! Tschüss! Komm, das machen wir nicht zum ersten Mal hier. Zunkara! Alter, das ist voll krass. Zunkara! Also, falls ihr noch Anime-Sprechleute sucht, da ruft mich an. Ich bin da, kein Problem. Das ist die BPM, Digga. Was hast du für ein Programm, Alter? Bro, FL Studio. Ah, okay. Das hab ich lange nicht mehr gesehen, Alter. Meine Jungs machen aber mit Ableton oder Cubase. Hat einer noch so? Ja, also FL ist schon so Superior, doch. Das sagst du, oder was? Aber das sagt jeder bei seinen... Na, Bro, schon. Das war einfach Fack. Das war ja geile, Digga. Na, ist einfach Fack. Das war ja geile, Digga. Ja, Bro, wie bist du zu Anime gekommen? Was war so dein allererster Anime? Das war halt Save Dragon Ball, Digga. Das weiß ich noch ganz genau. Ich hab Dragon Ball nicht mal Set. Ich glaub, Dragon Ball, der erste noch. Damals war ich nach Hause gekommen, Digga, während Wetter beschissen war, weil wir nicht draußen waren, Digga. Bokete TV, die gute Zeit, Digga. Weißt du noch? Da war Teil 2 noch. Bamba, Digga. Zwischendurch ein paar Sounds reinfetzen, Digga, da brauchen wir auch keine dicke Mello drin oder so. Weißt du, was ich mein? Bro, wir nehmen einfach deine Dinger jetzt hier rein. Das ist mir jetzt so meine Melodie, Digga. Oh, geil. Ich mach damit so... So, warte. Technisch... He's choking! He's choking! Na, Bro, wir machen das. So, jetzt müssen wir noch überlegen, was wir hier noch so für den Sound reinballern. So, das ist so ein Beat, das hört sich so an, als ob du grad jemanden haust. Das muss sich so wie so ein Streetfight anhemen. Er denkt ja, er würde gegen mich gewinnen in der Schlägerei. Aber ich glaub, er ist langsam. Weißt du, ich hab auch lang Kung-Fu gemacht. Also ich konnt früher auch Spagat und so, ja. Und ich hab auch Jujitsu gemacht. Ich glaub, ich hab ihn schnell im Würgegriff. Was hat er gesagt? Ja, er meinte, er kann Jujitsu. Ach, was Jujitsu, Alter. Mit seinen 60 Kilo, oder was? Ja, geil. Das hat doch bestimmt was Spaß gemacht. Hast du das ernst gemeint? Nein, oder? Also ich bin ja auch nicht der Fitteste, ne? Das ist ja klar. So, weißt du? Ich bin auch nicht der Flinkeste auf den Beinen, so. Aber der hat im Interview gesagt, der hat sich noch nie gehauen. Weißt du, du weißt ja nicht, wie das ist, wenn du mal so einen richtigen Dong ins Gesicht bekommst, weißt du? Weißt du, das ist ja wie eine Fahne im Wind, ne? Wenn du da einen richtigen Reinschepperst, da bleiben doch die Schuhe stehen, ne? Sag ich dir, ganz ehrlich. Okay, ich will noch mehr Sounds von dir einbauen. Ich mach dir den Lied leise im Headphones an, Digga. Komm rein, das Gerät. Trap, Trap, Junge. Ist der Dampf da rauskommt, aus der Lok, Junge? Thomas, die Dampf-Lok, Bro. Wieso macht man das? Das hier ist ein Service, Jungs, ne? Ich sag mal so, das ist 1A. Ah, na, na, Bro. Weißt du, manchmal muss man wissen... Weniger ist mehr, ne? Weniger ist mehr, Digga. Gerade wenn man zu faul ist, noch was zu machen, ist es einfach wichtig, aufzuhören. Hey, hey. Geh bewirken, so wie Ginsojuice. Wer in der Bufi smoke mich high. Kein mehr Pause, denn ich muss verteilt. Ich rappe im Blick vor Polizei. Trage wie Gott mal Dior, in Löcken ist Treppen bespürt. Ich bringe jetzt ein paar Insider-Jokes rein. Ja, ich will. Die du noch nicht verstehen würdest, weißt du? Steh ich schon, weil ich... Wo du nicht wusstest, dass das... Na, da, direkt hier. Das ist nie passiert. Wie lief das auf Kamera? Haben wir das auf Kamera? Amnesie, Bro. Right, Bro, ich würd mal sagen, wir nehmen jetzt auf, wie wir uns aufnehmen. Let's go. Klingt vernünftig, Allah. Let's fetz. So, Kinder, eigentlich immer ein Durack aufziehen, bevor ihr rappt. Ja. Aber ich hab jetzt gerade keinen Nerv. Macht das Mikrofon, mach gerade Blackdance kurz. So. Hast du's, Digga? Du hast es schon mal aufgenommen, oder? Mit professionellen Leuten, ja. Gelbe Wolken, so wie Jindu-Joon. Bin in der Boof, ich smoke mich high. So wie Jindu-Joon. Bin in der Boof, ich smoke mich high. Bin in der Boof, ich smoke mich high. Keine Porte, denn ich muss verteilen. Ich renn im Kreis vor Polizei. Hart. Jesus. Ei, 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 ei. Der war sogar gar nicht mal schlecht, Alter. Ich kann den eigentlich hart. Ich würd den lassen. Kommt danach noch was? Ja, da kommt noch was. Uh! Digga, er hat Bars for Days. Wollt's doch. Wir machen das hier. Ist das behindert geflaute Scheierdasser. Ich finde das auch krass. 3, 2, 1, go! Gelbe Wolken, so wie Jindu-Joon. Bin in der Boof, ich smoke mich high. Keine Pause, denn ich muss verteilen. Ich renn im Kreis vor Polizei. Trage wie Dogma Dior. In Neukölln ist Crappen wie Sport. Beat wird gekillt. Komm ist am Mord. Ich ball all day. Und das ohne Court. Ich komme mit Trezi. Ja, schnapp dich denn Trezi. Die Bitch will ficken. Doch ich zocke Blazy. Was geht hab? Ich kann nicht aufhören zu husteln. Bis ich so viel Para wie Jay-Z hab. Ich wache auf für mich. Higher-Gen. Beat ist am Brennen. Weil ich immer Fire bin. Ich guck auf Deutsch. Wo sind euer Eier hin? Jeder im Raum vor Zeit. Wenn wieder Ajak ist. Halbschwarz wegen Kamerablitz. Zuko snapped mit Kamera. Wieder mit Bubbles bei Klassenfahrt. Heute kommt Kelly per Post. Keine Wartetage. Kunden stehen draußen in Warteschlange. Weil Ott wieder knallt. Wie Kamehameha. Beat ballert hart aus dem Kalkas. Die Blitz steht auf mein Charisma. Mache ein Backflip. Trap it's the 90's Classics. Bitches bewegt dich wie Mrs. Elastic. Digga mir geht es fantastik. Mache ein Backflip. Trap it's the 90's Classics. Bitches bewegt dich wie Mrs. Elastic. Digga mir geht es fantastik. taken für 100 € an Ms. Elatic. Machan. Bам. Machan Accion. Migaren. Bachale. Wah Bsp G